Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Minecraft. Ah, da ist er. Ist mein Server jetzt da? Ja, hab ich gesehen. Okay, ich werde euch einen Verbauschein geladen. Man muss nur Freunde machen und nicht irgendwas anderes. Hier ist mein Spiel, du kriegst mich mal. Adam, mach deinen Einladungscode. Adam, mach deinen Einladungscode von deinem Server. Nein, ich hab dich eingeladen. Lass du mal. Ja, ich... Hä? Ich hab das gesehen. Ja, kannst du reinkommen, Flo? Ja. Ja, okay, dann komm mal rein. Ja. Ah, du bist schon drin? Dann lade ich Toni nochmal ein. Ich hab dich eingeladen. Achso. Toni hat nämlich kein Datenvolumen und deswegen dauert es ein bisschen. Ich geh noch mal neu rein in Minecraft. Ja, geh mal neu rein. Ja, hab ich auch gemacht. Flo, ich mach mit dir jetzt ein Bett. Weil ich hab für Toni und für mich und jetzt mach's für dich. Ja. Ich bin... Ich bin Mitglied hier drin. Mitglied. Auf unserem Server ist eigentlich jeder Operator. Hier ist die... Ja? Nee, nicht unbedingt jeder. Jeder. Vielleicht nur unsere Freunde und die Zuschauer können ruhig Mitglied nehmen. Ich hab so viele Ideen. Florian, warte, suche dich mal. Du kannst dich zu mir teleportieren. Oder warte, ich mach das, ja? Ja. Ich teleportieren möchte dich. Mhm. Was für eine Einstellung? Ich bin auf Einstellung gegangen. Das muss... Du musst auf den Chat gehen. Ja, teleportieren. Zu Flo. Ich hab mich hinterher von dir jetzt gesagt. Hallo? Tag. Adam, Adam. Ich komm. Wer ist wieder das Bier? Oh, 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 oh. Flo, ich hab ihn, ich hab ihn. Warte, das meistens für dich? Mhm. Nimm das? Ja. Essen? Ja. Warte, ich geb dir noch Stücke. Mhm. Und das? Ja. Ja, und jetzt hab ich... Adam, ich bin auf dem Weg, warum? Ja, du bist auf dem Weg. Ich hab ganz viel Essen. Ich hab ganz viel Essen. Warte, ich muss warten, Adam. Adam, ich bin auf dem Weg. Okay, gut, komm. Reportier mich nicht zu mich. Du kannst dich zu mich teleportieren. Ja, weiß ich. Ja, dann mach das. Ja, warte erst mal. Ich bin auf dem Weg. Ich muss erst mal drohen. Ach. Er ist auch Mitglied. Er hat Mitglied. Wo bist du überhaupt? Ich muss erst mal drohen, Flo. Ja. Fick dich nicht auf. Tschüss. Nicht, dass wir uns gestern eine Wolle kriegen. Warte, ey. Hier ist ein Kostentable. Hier, damit du nichts gemacht hast. Warte, warte, warte. Jetzt versuch ich erst mal kurz was. Oh, jetzt versuchst du wieder irgendwas, was wieder uns schaden kann, ne? Ich hab's nicht gehört, aber ich versteh's nicht. Toni, was ist schon wieder? Die wollten doch, dass du wieder ausmachst. Kannst du vergessen. Hör nicht auf die. Das sind nicht deine Eltern, das sind deine Großeltern. Also als Information. Boom. Warum hast du das Spiel verlassen? Ich hab's nicht mal kurz im Weiten. Hab ich schon. Hä? Ja, nochmal. War, ich hab's wieder das Spiel verlassen. Das denke ich nicht. Warte doch erst mal. Ich hab's nicht mal kurz. Hab ich. Du gehst mal auf den Sack. Ja. King Schwul, warte ich nicht rein. Das ist einfach. King Schwul, das ist einfach. King Schwul, weißt du den Namen? Ja, ich nenn ihn King Schwul, warum weiß ich nicht. Okay. Unendlich. Nur Freunde on. No, weck dich. Hey, ich wirst du nicht mehr drauf. Blö, blem mal schnitt. Blö, blem mal schnitt. Äh, warte, nimm das? Ja? Ja, danke. Toni, das war aber irgendwie wirklich witzig. Musste grad irgendwie ganz schön lachen. Das bestimmt die doch nicht. Das sind da nicht groß, Elter, zum letzten Mal. Hör einfach nicht auf. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Toni, mach einfach weiter. Nicht immer auf Eltern hören. Kannst auch was machen, was du willst. Das bestimmt die Langene. Er ist um elf Uhr mit dir angefangen zu spielen. Das ist nur eine Stunde. Schreib da. Ein Zombie ist da irgendwie. Ein Hund ist. Ja, aber wo ist der? Kann ich gar nicht nachmachen. Ein kleiner Abgrund. Nichts. Ja. Ach, hier ist die. Hier ist die Antarktis. Ja, super. Ich kann mir hier aus dem... Hey, ich höre die ganzen Zombie-Geräusche. Na, ich auch. Ja, aber oftmals sind die auch in der Höhle drin. Ja, aber hier ist keine Höhle. Hier ist auch keiner. Hier ist... Doch hier ist einer. Eine Schlucht. Da ist eine Höhle. Ja, dann, wie wäre es? Wir spielen jetzt noch ein bisschen auf Los-Server. Weil morgen haben wir da nur über den Kommen auf die Einladung an. Dann kann ich mit spielen auf Euren. Bitte. Ja, Junge. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht draufkomme. Geh mal raus und komm wieder rein. Ihr Süße und hat das Spiel verlassen. Ja. Du musst dich mal Toni der Beste nennen. Toni der Beste. Der beste Hund, ne? Ey, ist allein. Ey, Toni, der beste Hund, ne? Ey, wollen wir die Brawl Stars spielen später, oder? Nein, das ist langweilig. Ist halt so. Das Spiel ist langweilig. Ihr habt es auch schon mal gespielt. Ey, willst du Fleisch haben? Ja. Warte. Ach, ich weiß schon mal, wie das geht, Digga. Warte. Ja, ein paar Ressourcenpaketen steht bei mir. Ja, dann kommst du auch noch drauf. Hab's. Wartet mal kurz, Jungs. Ja. Seine Hose ist nass. Oh, hier geht's rein in die Höhle. Oh, Gott. Meine Spitzhacke, die ist gut. Eisen kann ich auch nicht abbauen. Kacke, ich muss jetzt mal Kohle finden. Uuuuh. Scheiß, ein Zombie. Mist. Ah, ich werde angegriffen. Hilfe. Du Arsch. Verpiss dich. Hey, guck mal weg, guck mal weg. Dank. Schau mal. Super, guck mal weg. Du bist nicht. Haha, Toni. Wohl, Leute. Bin ich ja da? Ja, du hast, verstehe, du hast das Spiel verlassen, obwohl du noch gar nicht drin warst. Gar nicht logisch. Erstmal, das Wichtige ist Diamanten finden. Das ist das erste Mal, ich glaube, was man machen sollte, Leute. Diamanten finden, Eisen finden, Kohle finden und Co. Ich hab Eisen. Ich brauch Kohle erstmal für die ganzen Fackeln. Ja, ja. Ach, ich hol mal erstmal, ich hol erstmal Stein. Du brauchst Stein? Ja, ich hab Stein jetzt so. Gott, hier ist alles dunkel. Ja, ich kann nichts sehen hier. Raus hier. Ja, die kommen nachts immer raus. Gott. Meine Fresse, ey. Die kommen immer nur nachts raus. Ich hab die Schnauze langsam voll von den ganzen Dreck. Jetzt müssen wir gleich schlafen. Ja. Mein Bett hab ich am Start. Ja, lauf, weg, Mann, du Hund. Dieser scheiß Regen. Hä, es regnet doch gar nicht. Hä? Es regnet doch gar nicht. Was hast du? Toni, es regnet doch gar nicht. Hä, ich bin in Hagenow, zwei Kilometer von Barkendorf entfernt. Also, kann das auch nicht sein, dass es bei dir regnet. Ja, das ist ja, das, äh, Barkendorf als Information gehört noch zu Hagenow. 19.230, Barkendorf, Gamelin. Na, das weißt du. Toni! Toni, bist du draußen? Ja, bin ich. Deswegen hör ich dir auch die ganze Zeit Wind. Deswegen hör ich auch... Hm? Bist du bei deinem Oma und dein Opa? Oder bei den... Ja, bei Oma und Opa. Schon die ganze Zeit. Der ist nicht mal nach Hagenow gekommen. Ich verstehe nicht, warum. Hallo, Zombie. Greif mich mal an. Mit deinem Dreizack. Mit deiner Missgabel. Eine Spitzhacke oder ein Schwert. Ah, da hab ich schon Kohle gefunden. Ja. Das will ich schon mal... Ja, bin hier. Danke. So. Ja, und den Rest werde ich die Holzspitzhacke weg für Kohle und Kohle nehmen. Und dann werde ich mir noch... Das kann sein, dass ich gleich raufkomme. Cool. Ey, komm mal her. No, komm mal zu mir. Warte, ich muss noch was machen können. Weil wenn es beim den Leck, dann heißt es meistens doch, dass ich dich raufkomme. Komm mal her. Nimm mal. Flo, komm mal her. Und nimm. Ja. Hab's genommen. Mach dein... Mach dein Holzsacke weg und nimm. Mach dein mit dem Ding. Schade, ist dir keine Lava in der Nähe. Dann könnte ich das wegschmeißen. Ey, Klo, komm mal her. Oh, Scheiße. Bremse. Bremse. Was für ne Bremse. Ne, dafür, ich hab die gerade versucht zu stecken. Jalla, Jalla. Bremse. Ich hab die mit Skrundenkel. Die bremst dich. Hey. Warte. Willst du denn, lass dich ne Bremse auf den Schenkel, wenn du sie nicht weißt, Junge? Ne Bremse, wie ich das anhöre. Ne Autobremse, oder was? Hey, gut, ich gefunden hab. Ne Autobremse. Deine. Was ist das? Ne Autobremse. Nein. Du bist die Bremse. Du bist die Bremse. Meine Fresse, ey. Meine Fresse, doch, wo ist das Streifen hier? Ich und Toni hatten uns gestern auch in der Wolle. Keine Ahnung, warum Toni hat damit angefangen. Ja, Toni, fang immer mit. Fang immer mit. Ah, du bist das Spiel beigetreten. Toni, danke. Ja, ich bin beigetreten. Ja, danke schön. Ich komm mal zu dir hoch, wenn das mal gehen würde. Toni, teleportier dich mal zu mir. Ja, Junge, warte erst mal, die Welt... Wollah, Bill! Anna? Ja? Ähm, ich weiß gerade nicht, warum ich von Himmel gefallen bin. Äh! Ey, Leute, tepeht mich mal bitte zu euch, bitte. Ja, ich kann ja nicht teleportieren. Ich bin ja Mitglied hier drin. Eigentlich nur Operatoren können sich teleportieren. Ja, okay, warte. Warte, sollst du mich zu dir teleportieren, oder? Nee, tepeht mich mal am besten zu euch, warte. Ich will mir noch schnell Holz holen. Teleportieren? Wohin? Nee. Ähm, teleportieren. Wer? Ja. Kisse? Zu uns. Sag mal. Wohin? Ah, da mal. Ja, okay. Ich hab's gemacht. Gut. Wo bist du? Wallah! Da bist... Ihr habt den gleichen Skin! Ey! Schlag mich nicht! Nee, sonst töte ich dich. Ah. Ja. Jetzt töte ich dich. Wallah, hör auf. Du weißt ganz genau, ob bei mir leckst wie Hölle. Ich kann das nicht alles so einschätzen. Wie bei euch. Warte. Ich schwomm mich mal hoch. Danach teleportier ich alle zu mir. Hallo. Mhm. Ich schwomm mir schnell den Crafty Bench. Junge, hör auf, mich zu schlagen. Brauchst du nicht auf? Ja, ich hör schon auf. Meine Fresse. Sagt man das nicht, oder was? Okay. So weißt schon, du kannst uns beide teleportieren. Florian. Und? Nein, nur einer geht erst mal, danach machst du den anderen. Toni ist da bei mir? Okay, jetzt. Florian. Lol. Er wohnt ein Eisbär. Habibi. Ich bin hier. Habibi, Eisbär kommt. Moin Eisbär. Was geht? Ich möchte dich gern hauen. Tüt es ihm nicht. Tüt es ihm nicht. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Junge. Hallo Eisbär. Was willst du? Schwein. Schweine Kotelette. Schweine Kotelette. Weißbär reiten. Ja, da muss man beim Datenvolumen sagen, dass es aufgehen soll. Schade geht das nicht. Du, mir Flo, es kommt erst, wenn der neue Monat beginnt. Kann ich doch nicht wissen. Ja, nach zwei Tagen, Digga. Nach zwei Tagen. Wann kommst du mir aber nach Hageno? Das verstehe ich nicht. Kommst, du bleibst nur im Parkendorf. Ist unfair. Ich will doch mal mit dir spielen hier. Das ist, ähm, 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 wie heißt das nochmal, ähm, das ist das Gegenteil. Rohrkupfer. Das, das ist Kupfer. Ja, wollte ich auch grad sagen. Das ist Eisen. Das ist Eisen. Das ist kein Eisen, du Eisen. Das ist kein Eisen. Das ist, äh, das ist hier, keine Ahnung. Rohrkupfer. Ah, nee, das tut mir leid, das ist, ähm, Ding, so, das ist was anderes. Wenn man irgendwas Falsches sagt, dann muss man sich schlagen. Als Strafe. So. Okay, du bist ein Hund, äh, Toni. Dass nix, dass nix falsch ist. Guck mal, keiner schlägt. Ah, ah, ah. Ey, Junge, hör doch mal auf. Ey, komm mal her, ich gib dir Essen, Toni. Komm mal her, ich muss dir Essen geben. Harte, harte. Mann, ich brauch erstmal auch Essen. Ich hab erstmal hier. Ich hab von Adam nämlich Essen gekriegt. Na, Mann. Moin, Eisbär, was geht? Sag mal, hackst du da was? Sag mal, fahr auf mich abzugreifen, du Idiot. Mann, ey, der ist aggressiv. Mann, ist besser. Mann, ist besser. Eisbärjagd. Was droppen Eisbären überhaupt? Leute, geh, geh, geh selber, äh, essen, äh, geh selber, die Schweine und so was. Warum? Jünger, wegen kannst du. Das bestimmt die doch nicht. Das bestimmst immer noch du. Warum klaust du jetzt das Essen von mir? Hab ich nicht. Ey, Flup, geh auf den Boden. Hast du, du hast das Schweinefleisch von mir geklaut. Hab gewusst, du fängst immer mit deinem Scheißstreit. Wenn du mich einmal noch schlägst, Toni, dann musst du Ratten essen. Das ist die Challenge. Wenn du mich schlägst, Ratten essen. Oder einen Kaktus im Mund stecken. Na? Hä, der greift mich gar nicht an, der Zombie hier. Der greift mich gar nicht an. Was soll das? Leute, guck mal, wie schön schön das aussieht. Ja. Geh mal rein hier. Geh mal rein hier. Hallo, Zombie, geh mal rein da. Ich hol holz gleich. Na, Zombie, willst du mir hoch? Geht aber nicht. Leute, ich mach mir ein eigenes, äh, Schest, die keine da rangehen kann. Okay? Mach ruhig. Ich muss sowieso gleich ausmachen. Oh Mann, ey, das bestimmt die doch nicht. Das bestimmt eigentlich keiner von euren Eltern. Also Leute, wenn ihr spielen wollt, dann spielt einfach. Das bestimmt nicht eure Eltern. Außer wenn das Internet... Ich kann aber noch Brawl Stars spielen, weil das ist mein Handy. Das tämpelt sich ja von meiner Mutter. Ja, das spielt doch mit dem. Ich mach das halt aus. Oh, ich muss los. Tony! Sag mal. Das kriegst du nicht, Junge. Oh, Mann, das stimmt hier in Hageno wie ihr Hölle. Hageno, hör auf, beruhig dich. Ja, das Handy, das hat aber nicht mehr Kram. Meine Güte, in Hageno stürmt ja irgendwie. In Hageno stürmt das, wie Sau. Ach, du und dein Brawl Stars hier, Brawl Stars da. Das hab ich früher auch gespielt. Dann bin ich von süchtig geworden. Halt danach aufgehört damit. Na, Hase, ich will dich aus Hasekotelette haben. Tschüss. Daddy, drop mal. Wo, nachts schlafen? Da ist doch Nacht, sag mal. Tschüss. 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 Jungle? Was? Flo, warte mal. Flo? Ja? Das ist mein eigener Schiss und die andere ist dein eigener Schiss. Okay. Die hier mache ich etwas rein, was ich brauche. Essen ich gerade brauche. Ne, Essen. Aber Riesbohrnpunkt festgelegt, das ist schon mal super. Kackelfutter brauche ich auch nicht. Hm, weiter. So. Nur du musst aber auch Essen holen, Chris. Wie gesagt. Ja, ich hole noch Essen. So, wo ist denn hier? Ah, da hinten ist mein Essen. Bühnchen. Bühnchen. Ich muss dich auch auf live. So. Ach, ich bin kaputt. Meine Aufnahme schon bei 30 Minuten. Super, super. Ich tu da natürlich nichts, Hase. Mein Handy ist ausgegangen. Das darf man nicht. LOL! Hä? Ah, jetzt wieder. Toni hat geschrieben, lass Nachmittag spielen. Ja, ok. Guck dir. Ja, ich hab ihn geschrieben, ok. Verbindung vom Server getrennt. Warum? Steht bei mir. Ich denke, weil du rausgegangen bist. Ist einfach so passiert. Ich hab nichts gemacht. Einfach steht da Verbindung vom Server getrennt. Ja. Nein. Nein. Es ist egal, ich geh aus. Nein. Ich guck mal voll. Toni, ich hab schon Bock, Michael. Wir haben jetzt Zeit das Nachmittagsreden. Ja. Ok, dann tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ah, ein netter Freund. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ciao mit V. Ciao. Ciao.